In den nächsten Schritten zeigen wir Ihnen, wie man seinen Premium-Eintrag auf memomedia.de überarbeitet. Hierzu gehen wir zunächst auf die Startseite von memomedia. Über den Reiter Mein Memo und den Unterpunkt Übersicht gelangt man in den Login-Bereich. Hier kann man nun seine Zugangsdaten eingeben und gelangt danach in den Bereich Mein Memo, wo man all seine Daten bearbeiten kann. Da wir ja unseren bestehenden Eintrag bearbeiten möchten, klicken wir oben links auf den Punkt Eintrag bearbeiten. Nun sehen wir unsere Stammdaten, wie zum Beispiel das Logo, die Kurzbeschreibung und die Kontaktdaten. Sollten Sie nun das Logo oder die Bilder ändern möchten in Ihrem Eintrag, dann klicken Sie auf Uploads bearbeiten. Hier kann man nun über die Reiterliste auswählen, welchen Bereich man bearbeiten möchte. Sei es das Video, die Audiodateien, PDF-Dateien, die Bildergalerie oder das Logo. Auch diese Punkte werden wieder über den Speicherbutton bestätigt. Wenn man die Auffindbarkeit seines Eintrags verbessern möchte, kann man dies über die Auswahl von weiteren Suchrubriken tun. Hierzu klicken Sie auf den Link Rubriken bearbeiten. Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Eintragsbearbeitung oder Fragen zu Ihrem Eintragspaket haben, können Sie sich gerne jederzeit bei uns melden. Telefonisch erreichen Sie uns montags bis freitags zwischen 9 und 18 Uhr unter der Telefonnummer 02296 900946. Gerne können Sie uns aber auch eine E-Mail an info.memo-media.de schicken.